Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Star Wars. Wir gucken mal kurz nach, ob wir noch neue Charaktere kaufen können. Ja, Han Solo, Rebellentrupp, Rebellenpilot, Schneetruppe, Luke Skywalker Hoth, Lobot, Ugnort, Bespinwache, okay, und Prinzessin der Ehrgefangen. Alles klar. Können wir noch irgendwie neuen Stein kaufen vielleicht? Ja, können wir. Alles klar, gut, dann hätten wir das und jetzt geht's los mit Episode 6, Leute. Die letzte Episode, die es in diesem Spiel gibt. Und dann ist das Schnitt Play vorbei. Lack. Kurzer Lack. Loll. Erstmal richtig hinsetzen, ey. Stimmt, die bauen den Todesstern neu auf, ne? Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, okay. Oh, Vader hat ihn zum Wein gebracht. Kann er nur. Okay. Okay, warum habe ich gerade so eine Lags? Das macht keinen Sinn. Aber okay. Äh, gut. Ein Tausender, cool. Da oben kommen wir nicht hoch, okay. Da können wir auch nichts machen. Okay, gucken wir mal. Hier haben wir Geld. Ist okay, das können wir alles kaputt schießen. Das da oben nicht. Das dort schon. Ein bisschen Money. Und. Was auch immer wir hier draus gebaut haben. Hallo? Ah. Hallo. Hä? Muss ich erst alle aktivieren und dann... Ah, die haben so und so viel Leben. Die können so und so viele Schüsse aushalten. Okay. Jetzt bin ich... Okay. Dann war es natürlich dumm, erst alles zu aktivieren. Okay. Wie viele... Wie viele... Alter, wie viele haben die denn gerade ausgehalten? Wie in die F? Okay. Geh weg. 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 Weg. Okay. Kann ich das immer wieder zusammenbauen oder was? Geht mir das auch immer wieder Tausende? Das wäre nicht zu wissen. Geh weg. Bam. Okay. Nein. Das geht von alleine wieder kaputt. Okay. Zumachen. Glaube ich. Mann. Äh. Bitschlepp. Bitschlepp. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Ah, okay. Hier haben wir einen Helm. Erst machen wir das zu. Holen uns einen... Fast coolen Helm. Echt jetzt? Ich habe mich durch diese Kacke gerade selbst getötet. Echt jetzt? Na, Tausende. Hast du hinter die Wand gefallen? Was? Oh Mann, ey. Dieses Spiel verarscht mich heute. Und irgendwie bin ich seit... Weiß ich nicht wann. Bisschen leiser wäre ich Star Wars Zocke, ne? So konzentriert irgendwie. Okay. Vielleicht liegt es darin, dass ich Star Wars immer dann aufnehme, wenn ich übel müde bin. Ich bin einfach müde des Todes. Ich schlafe so wenig momentan. Das ist übel schlimm. Und eigentlich will ich das auch gar nicht. Wer ist das? Achso, hi. Luke. Hey, cool. Wir haben Luke in unserem Team. Was schon mal an sich eine ganz coole Sache ist. Nein. Fui. Du bist ein Spast. Okay, ich mache erst zu. Bam. Bam. Geh doch weg. Was ist denn mit mir heute los, ey? Ach, komm. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nerviges Kackding, ey. Okay. Was haben wir jetzt geöffnet? Muss das so? Ich weiß es nicht. Hallo, Lea. Geh mal hoch. Genau. Oh. Dadurch bekommen wir schon mal den Stein. Wow. So, können wir jetzt... Ne, hier lang können wir ja wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Können wir. Hey, was ist, wenn wir dann da runterfallen? Also, ich meine jetzt... Hier? Achso. Nur 3000, ne? Okay, cool. Bin nicht nett. Bin nicht sehr nett. Bin nicht sehr, sehr nett. Okay, das brauchen wir nicht. Ist hier irgendwie... Ist die überhaupt Gegner? Ja. Was frage ich eigentlich so doof vorher? Geh weg. Geh weg. Oh. Ich hasse diese Viecher. Sind so nervig. So nervig. Habe ich euch eigentlich schon von diesem Nicht-Schreien erzählt? Das ist... Wenn ihr schreit, aber nicht schreit. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, so wie ich es eben getan habe. So. Ihr presst dieses Schreien gefühlt aus euch raus. Wisst ihr? Wie ich das meine? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Also, ihr schreit halt, aber ihr schreit nicht. Wieso lag das? Oh Gott! Frame-Einbrüche ohne Ende. What the fuck? Also, normal schreit ihr einfach so... So, ihr schreit halt, ne? Macht ihr Sinn. Schreien und so. Und... Die letzte Metallgegenstände können nur... Ja. Ich weiß. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Okay. Ey. Ähm. Und nicht schreien. Ist nicht, ihr schreit nicht. Sondern... Ihr... Unterdrückt dieses Schreien. So im Sinne von... So... So... Wisst ihr? So, ihr unterdrückt dieses Schreien. Und wo ist... War hier nicht irgendwie... War hier nicht... Hier war ein Hebel. Okay. Also, ihr unterdrückt dieses Schreien. Wisst ihr? Ich glaube, ihr versteht. Nicht, was ich meine. Ist ja auch egal. Bam. Okay. So. Ich hoffe, ich habe euch... Jedenfalls das Nichtschreien etwas... Erklären können. Och, ne. Oh. Zack. 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 Oh, nervig. Okay. Also, vielleicht packen wir in diesem Part nur dieses ein Level hier. Irgendwie... Weiß ich nicht. Ich fühle mich gerade so langweilig. Also, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich gerade übel langweilig. Also, ich komme... Also, ich fühle mich so, als wäre ich langweilig. Wow. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich sonst immer überwitzig bin oder so, aber ich weiß nicht. Sonst rede ich mehr, glaube ich, in den Parts, oder? Ich glaube, sonst rede ich mehr in meinen Videos. Wieso bin ich da runtergefallen? Oh Mann, diese Legs! Was sind das denn heute für Legs? Warum habe ich diese Legs? Die habe ich sonst nicht. Wow. Kann ich das kaputt machen? Ja, kann ich. Ne, ich mache das jetzt nicht kaputt. Einfach hier unten lang rennen. Oh, cool. Okay. Och, ne. Och, geh weg. Kusch. Wo kam der her? Wo kommt der denn jetzt her? Hä? Lol. Ich habe die halt einfach gerade echt nicht gesehen. Ah, okay. Ich glaube, das ist hierfür, oder? Ich kann nicht nach rechts drücken? Doch. Achso, okay. Äh. Achso. Ah. Okay. Das ist sinnvoll. Das ist irgendwie echt sinnvoll. Okay. Ich will mich... Äh, wieso labere ich so wenig? Ich weiß nicht, was ist los. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht. Irgendwie... Habe ich hier... Also, ich konzentriere mich bei Star Wars irgendwie so mega. Und bin halt übel müde. Deswegen ist konzentrieren und reden ein bisschen problematisch. Aber naja. Komm, ich will... Danke. Gut. Äh, gehen wir weiter. So. Ne Jukebox wieder? Ja, es ist wieder ne Jukebox. Yeah. Aber die macht sich diesmal nicht kaputt. Von alleine zumindest. Haben wir sie halt wieder kaputt gemacht? Okay. Oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nervige Dinger, ey. Was ist hier? Nichts. Okay. Aufmachen. R2. Ah. Okay. So. Äh. Von da kommen wir. Hier hinten können wir diesmal nicht rausspringen. Schade. Och nee. Kommen wir jetzt immer von da oben neue? Ja. Immer. Übernehmt ihr die mal? Ich versuche irgendwie was zu machen hier. Mann, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Kusch. Okay. Das kaputt machen. Schalter drücken. Zack. Gott. Nervige Kackteile. Oh. Geh weg. Mann. Geh weg. Gott. Die Entzügler hatten so viel Langeweile hier, Alter. Das ist ja unglaublich. So unglaublich, ey. Holy shit. Sie müssen einem echt damit den Spielspaß verderben, ne? Dass sie die ganze Zeit diesen verkackten Gegner herbringen. Ah. Ist mein Mal so einen Raum zu machen oder so, ne? Ist voll okay. Sage ich voll nichts gegen. Aber ständig. Immer wieder so einen Raum zu machen, wo tausende Gegner hinterher kommen. Das ist echt. Also. Das ist echt so anstrengend. So nervig. So. Fucking. Nervig. Okay. Wie mach ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie da oben... Ah. Okay. Guckt der schon mal drauf? Ah. Okay. Jetzt kann ich da die Macht einsetzen. Damit ich, äh... Ja. Das als Fahrstuhl benutzen kann für R2 und so. R2 und so. Gut. Zack. R2 geht da hoch. R2 geht da hoch. Achso. Ah. Schade. Ich dachte, ich muss die da irgendwie hochschmeißen oder so. Also hochkicken. Oh nein. Nein. Oh. Ich kann nicht wechseln, während ich hier unten bin. Schade. Ich will R2. Danke. Zack. Tja. Und rüberfliegen. Danke. Dann bitte Luke. Danke. Nett. Was haben wir hier noch? Geld. Wow. Nee. Oh. Stimmt. Irgendwie müssen wir die Tür hier eröffnen, ne? Irgendwie müssen wir die Tür eröffnen. Und das machen wir mit R3 PO. Oh nee. Nicht schon. Ja, ich hab die Gegner schon wieder gehört, ey. Oh nee. Ist das dein Ernst, Alter? Wie oft wollt ihr so einen Raum noch einbauen? Oh. Ist ja nicht so, als ob es schon nervig genug wäre, ne? Hier ist ja noch so ein Raum. Ey. Also die Entwickler haben keinen Bock, dass Leute Spaß in diesem Spiel haben. Eindeutig nicht. Eindeutig nicht. Ist ja unglaublich, Alter. Wie gesagt, mal so einen Raum einzubauen, wo du halt so ein paar Schlösser, oder ich meine jetzt mal Schlösser, so ein paar Sachen dazu machen musst, dass keine Gegner mehr nachsporen. Vollkommen okay. Aber tausende von diesen Räumen. In jedem Raum ist einmal so eine Aktion. Oh, ist das nervig. Oh, das Spiel war so geil, ne? Und jetzt kommt so eine Scheiße. So eine Scheiße. Ihr kriegt Bitchslaps in die Presse, Alter. ins Gesicht. Aber übel. Mann, geh weg! Oh, Alter. Noch so ein... Nee. Vorbei. Ist vorbei. Reicht. Mir... Äh, nee. Was das angeht, reicht's. Echt. Das ist ja unglaublich. Das können sie doch nicht bringen, ey. Heilige Scheiße. Ich red mich jetzt schon wieder zu viel auf, ey. Oh, ich hab mich heute entloy. Das erste Mal seit langem mal wieder so richtig aufgeregt. Ich bin halb ausgerastet, Alter. Oh, hier ist noch so ein... Nee, da ist ein... Okay. So ein Helm brauchen wir gleich. Merk, ich bin müde. Ich wusste es. Alles klar. Warum müssen wir denn... Oh. Ja, kämpft ihr immer gegen diesen T-Rex da? Äh, ich mach sowas hier. Nein, dafür brauche ich jetzt. Wo? Ich mach sowas. Was auch immer das bringt. Äh, ich nehm mal ihn. Ah, da komm ich da oben ran. Okay. Irgendwie. Zumindest. Hä? Achso, ich muss ihn da hinlocken, okay. Stimmt. Das kann ich kaputt machen, genau. Komm mal her hier. Hey. Komm. Komm doch her jetzt. Okay, irgendwas muss ich hier machen, wie es aussieht. Äh, ich weiß nicht was. Komm her jetzt. Komm her jetzt. Komm. Hä, warum treffe ich ihn denn damit nicht? Komm, hier. Hier. Hallo. Hey. Okay, Moment. Muss ich das vielleicht echt aufmachen erst? Hast du eins von diesen Fischern hat? Jetzt nehm ich ihn. Jetzt muss ich irgendwas machen. Ah. Okay. Das ist verwirrend, Alter. Oh Gott, oh Gott. Und anstrengend. Eindeutig anstrengend. Jetzt geht er wahrscheinlich hier hin, ne? Ja. Komm, geh. Sehr gut. Jetzt wieder aufmachen. Na, geht er da hinten hin. Und wir müssen das Tor runter machen. Jetzt fang ihn doch. Danke. Los, geh. 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 Okay. Ach komm, was? Warum ist er denn nicht weitergegangen? Hä? Nimm ihn. Nimm ihn. Danke. Jetzt. Okay. Jetzt wurde gemeine, ey. Äh. Okay, wir haben das Level abgeschlossen, Leute. Das war es aber auch mit diesem Part. Ich kann nicht in dieser Verwassung aufnehmen, ey. Ich sollte es zumindest nicht. Dann labere ich einfach viel zu wenig. Viel zu wenig. Mosleys Cantina. Mosleys. Mos Eisleys. Mo Eisley. Mo Eyley. Keine Ahnung. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Noch fünf Parts, denke ich. Außer wir packen Level in zwei Leveln. Äh, in einem Part. Zwei Level in einem Part, so. Aber ansonsten denke ich noch fünf Parts, circa. Dann ist das Projekt vorbei. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein. Na.